Das werden Sie natürlich nicht tun, denn wir kennen Sie ja mittlerweile sehr gut. Ihr Motto, nun sind Sie halt da, soll es das Volk halt ausbaden. Und wie Sie die Notlage jetzt beim heutigen Migrationsgipfel der Bundesregierung meistern wollen, das fragen wir uns. Baden-Württemberg fördert mehr Geld für die Länder und für die Kommunen vom Bund. Aber genau das ist doch der falsche Ansatz. Wir brauchen nicht noch mehr Steuergeldverschwendung für Massenmigration, das Sie ja fordern, sondern wir brauchen Remigration und endlich eine Null- und Minus-Zuwanderungspolitik. Nur das wird unser Land wirklich entlasten.